Unter dem Label OneTrakFamily wollen wir Straßenfahrer, Renntrackfahrer, Simracingfahrer, egal welche Marke, dass sie fahren, einfach vereinen. Wir wollen mit Siegerteams hier, wollen wir das wirklich rüberbringen und da ein bisschen Image-Transfer leisten. OneTrakFamily ist eine Kampagne der FIA ETHC, um dem chronischen Mangel der Berufskraftfahrer zu begegnen. Der ganze Bereich Truck braucht ein neues Image und da wollen wir helfen. Wir mit der FIA ETHC, mit Truck Racing, haben die Möglichkeit, Emotionen in eine Industriegebahne zu bringen. Wir wollen jetzt endlich die Verbindung haben, unsere Raceteams, die Emotionen, die Passion, die Leidenschaft hier für diesen Rennsport auch bei den Fahrern, bei den Speditionen unterzukriegen. Dass wir diese Verbindung hinbekommen. Wir wollen diese Folge geben Auto gezeigt und hier in der rivers throw drei Minuten. Also dazu kommen diese congratulations, falls Sie endlich mal zu sehen. Vielen Dank, wenn Sie diesen Mann angehen.